Nachdenkseiten Die kritische Website So feiern die Schweizer Medienmogulen sich selbst und ihre erfolgreiche Beseitigung der Meinungsvielfalt. Ein Artikel von Christian Müller Der am morgigen Donnerstag beginnende Kongress mit dem Titel Swiss Media Forum hat den richtigen Namen. Denn die vier veranstaltenden Medienkonzerne Ringier, NZZ, Tamedia und CH Media, die zusammen mit dem öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen SRF morgen im Konzert im Kongresszentrum in Luzern KKL ihren Selbstbeweihräucherungskongress abhalten, beherrschen die Schweizer Medienlandschaft absolut flächendeckend. Der Blick ins Programm der Veranstaltung stimmt allerdings mehr als nachdenklich. Zu den prominenten Rednern in diesem Kongress gehört an erster Stelle die Schweizer Bundesrätin und Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Sie organisierte die Rettung der Großbank Credit Suisse auf Kosten der Schweizer Steuerzahler. Gemäß des Mehrheitseigentümers des CH Media Medienkonzerns Peter Wanner hätte sie dafür vom Parlament kein Misstrauensvotung, wie effektiv geschehen, sondern eine Standing Ovation verdient. Ein anderer Redner ist der neue Boss der mittlerweile absolut gigantischen Schweizer Großbank UBS, Sergio Hermotti. Dieser Bank, die im Jahr 2008 ebenfalls vom Schweizer Staat gerettet werden musste. Ein weiterer Redner ist Roberto Cirillo, der CEO der Schweizer Post, deren Bank, die PostFinance, den Zahlungsverkehr mit Kuba wegen der unter Donald Trump verschärften Sanktionen der USA gegen Kuba kurzerhand einstellte und, so die Antwort auf eine Medienanfrage bei der PostFinance, auch heute noch Einschränkungen freiwillig einhält. Und natürlich werden auch die CEOs und oder VR-Präsidenten der vier Medienkonzerne die Gelegenheit nutzen, sich hautnah beklatschen zu lassen. Unter ihnen Piedro Zoppino, VR-Präsident der TX Group, Lyceum Alpinum Schulkamerad von CS-CEO Ulrich Körner. In diesem Lyceum betrug das Schulgeld pro Jahr ab 89.000 Franken aufwärts. Und Verwaltungsrat auch der italienischen Mediengruppe J.D., die ihrerseits im Besitz des Anjeli-Clans ist. Unter ihnen den Rednerinnen und Rednern des Kongresses auch Pascal Bruderer, die ihre erfolgreiche politische Karriere bei den Sozialdemokraten bis zur Parlamentspräsidentin mit einem VR-Sitz des Medienkonzerns TX Group eingetauscht hat. Und auch der erfolgreichste Schweizer Werber Dennis Lück wird auf der Rednerbühne stehen, vermutlich ohne Jackett, damit man seine beiden farbig zutätowierten Arme bewundern kann. So ein richtiger Sympathiko. Aber was ist denn die politische Komponente dieses Kongresses? Klar, die Ukraine muss erneut hochgejubelt werden. Durch die geladene ukrainische Botschafterin Irina Venedikova, die gemäß Kongressprogramm nach der Schweizer Finanzministerin Karin Kelasutta die erste Rednerin des Kongresses sein wird. Und gleich danach hat der ukrainische Propagandist Dmitry Masinsky das Wort, der mit seiner Plattform wartranslated.com darauf spezialisiert ist, ukrainische Verlautbarungen ins Englische zu übersetzen, damit sie weltweit verstanden und befolgt werden. Eine mediale Überraschung? Nicht wirklich. Denn das Swiss Media Forum wurde vor ein paar Jahren initiiert von CH Media-Chefredakteur Patrick Müller, dessen historische These bekanntlich die ist, dass der sogenannte Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges der D-Day am 6. Juni 1944 in der Normandie war. Ob mangelnde historische Kenntnisse oder willentliche Geschichtsverfälschung bleibe dahingestellt. Es darf einfach nicht mehr wahr sein, dass es die Rote Armee war, die Europa von den Großmachtplänen Adolf Hitlers befreit hat. Mit rund 27 Millionen Kriegsopfern auf sowjetischer Seite, die Hälfte davon Zivilisten. Aus heutiger Mediensicht müssen die US-Amerikaner diese Helden gewesen sein, mit weltweit gerade mal 400.000 Kriegsopfern, ausschließlich Militärangehörige. Keine Zivilperson. Der ganze Anlass im KKL wird de facto aus Baden im Aargau gesteuert. Im siebenköpfigen Verwaltungsrat der 2015 gegründeten Swiss Media Forum AG sitzen drei Mitglieder aus Baden. Präsident ist Professor Dr. Andreas Binder, Sohn des ehemaligen CVP-Ständerates Julius Binder. Dann natürlich Patrick Müller, der Initiant des ganzen Kongresses und eben auch sein Chef, der CH-Media-Verleger Peter Wanner. Mit Unterschrift zu zweien können Peter Wanner und Patrick Müller zusammen beliebig schalten und walten. Und der Sitz der Swiss Media Forum AG und die Geschäftsstelle dieses Unternehmens sind ebenfalls in Baden. Aufmerksame Medienbeobachter wissen natürlich, dass die ganze CH-Media-Gruppe von Verleger Peter Wanner am 19. März 2022 mit einem Leitartikel auf der Front seiner seiner regional übergreifenden Samstag-Ausgabe klare Vorgaben erhalten hat. Der Westen muss klare Kante zeigen, titelt die Headline der Print-Ausgabe. Und in Zeiten des personellen Abbaus in allen Zeitungsredaktionen haben verständlicherweise alle letztlich ihm unterstellten Mitarbeitenden die Message verstanden. So wird redaktionell stramm mitmarschiert. Mit fast täglichen Artikeln über den Krieg in der Ukraine. Alle auf den Informationen aus Kiew und eines hingeschickten Berichterstatters basierend, der auch nur die ukrainische Seite kennt. Aber natürlich mit keinen Informationen über die Vorgeschichte dieses Krieges. Über den von den USA mit organisierten Putsch auf dem Maidan im Jahr 2014. Über die seit 2015 andauernden Beschießungen des Donbass durch die ukrainische Armee. Und über die Interoperabilität der ukrainischen Armee mit den NATO-Truppen und so weiter und so fort. Zu diesen Themen finden Sie zahlreiche Verlinkungen im Schrifttext. Und kein CH-Media-Mitarbeiter wagt es, für Verhandlungen der Kriegsparteien zu plädieren. Dieser Krieg muss auf dem Schlachtfeld gewonnen werden, so wie es der EU-Außenminister Giuseppe Borrell gefordert hat und immer wieder fordert. Keiner der vier großen Schweizer Medienkonzerne hat eine differenziertere Sicht. Die Schweizer Medienlandschaft ist zur vollkommenen Gleichschaltung der Meinung verkommen. Russland und auch die Russen böse. Die Ukraine ein demokratisches Land, das die europäischen Werte verteidigt. Wäre es nicht zum Weinen, es wäre zum Lachen. Und so hat auch der morgen beginnende Kongress im KKL in Luzern zwei Ziele. Die Selbstbeweihräucherung der Schweizer Medienmogulen und die Verherrlichung der Ukraine, die der neoliberalen Wirtschaft zuliebe unverdeckt nach der US-Galge tanzt, möge sie noch so viele eigene Kriegsopfer liefern müssen. Wer dieses widerliche Schauspiel in Luzern selbst miterleben will, um sich im Kreis der Medienprominenz eventuell auch ein Stück Bekanntheit abschneiden zu können, bitte mit einem Eintrittspreis von 990 Schweizer Franken inklusive Mediendinner im Luzerner Grand Hotel National, sind Sie dabei. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.